ja was machen wir jetzt? wir stehen hier sinnlos rum. was ich arbeite? ich sehe nichts davon. ja guck, weil du nur rumstehst und deine augen auf einen punkt richtest. miss, ich wollte dich aussperren. ähm, palim. gibt es eine schere, was ist denn das? eine batterie. okay. eine leitplatte. fern. es gibt ein fernglas. okay. es gibt einen sprinkler. fern wir weiter? was? fahren wir weiter? ja. ich dachte, du wolltest noch. ach, scheiße, stimmt. ich habe das gesehen, du hast das kaputt gemacht. ey, du rührst ja nicht mal den finger, um den zu retten. wie hieß, heilsalbe? honig? heilsalbe? hä? okay. die könnten die platine herstellen. ich wäre aber... was lernen? den topf erlernen. gibt es einen topf? ja, dann muss ich die rezepte machen. hier gibt es keinen topf. geh mal weg. den haben wir doch schon gelernt. ach so. ich nicht. versorgt. doch. jetzt geh mal raus. ich will plunzen hier. ja, selbst gelernt. habe ich doch gesagt? ja, jetzt. 100 jahre zu spät. ein sprinkler wäre nicht schlecht. muss ich ehrlich sagen. aber dazu brauchen wir eine platine. die könnten wir erlernen. für was ist der eimer? unkompliziert und nützlich. ja, wie gesagt. ich habe ja gesagt zu melken später. aber sicher bin ich mir da nicht. oder genau so dieses sweep net. useful for shading bugs. das ist das einzige was bei mir auf englisch ist. alles klar läuft. wir haben noch nie käfer gesehen irgendwie. oder tiere auch. da gibt es ja auch dieses fangnetz für tiere. ja, diesen netzwerfer. ich, der ist ja auch ziemlich schnell ich brauch fünf. wir processen wir machen. ich brauch noch fünf seile zwei nägel. savierein,해,해,해,해,해,해,해,해,해,해, зная enna. Oh Gott, dieses Sch... Ach, ich hab Durst, deswegen. Leck mich am... Ach, leck mich! Leck mich! Scheißdreckiger Heil. Wie schaffst du es die ganze Zeit, in den Rösten zu fallen? Frag mich das bitte nicht. Tu ich aber. Nimmst du das rechte Fass da hinten? Machst du das rechte, Eik. Deine ist weiter. Wow. Schwimmt da, das ist fast einfach vorbei. Oh, keine Kartoffeln. Ne, ich auch nie. Ich will da jetzt hier auch weiter zubauen. Was ist jetzt eigentlich, ähm, ja, was müssen wir jetzt eigentlich erreichen, damit wir hier wegkommen? Weiß ich ja eben nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es was mit den Blueprints zu tun hat, den wir bekommen haben. Und dazu passt ja einiges, was wir hier, äh, äh... Du leckst gerade da, Guck. Drinnen, stehen da. Kann es sein, dass bei dir gerade irgendein Update, äh, zieht? Äh, ich hab 19 MS im Disk. 23. Gut. Und 59... Guck, Eike ist schuld. Ne, 59,2 FPS in der Aufnahme. Kurz gesagt, es gibt hier ja den Empfänger, eine Antenne. Fass, fass. Äh, ha, 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 Darko. Ha, ha, bitteschön. Geil, endlich, danke. So, jetzt krieg ich aber alles Holz, was du hast. Damit ich weiterbauen kann. Nicht schwer, ich hab gleich. Insel, 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 hast du Ruder, 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 Ruder? Nein, in der Kiste hab ich dir doch hingelegt. Erste Kiste links. Ey, hier ist alles... Leck mich doch mal, hier ist alles... Wieso hab ich einen Stein? Piss dich, du Drecksding. Ist noch so Raft in der Nähe? Ne. Wow. Ein Baum ist da drauf. Aber da gehen wir jetzt definitiv Erze farmen. Jo. Wenn ich dann... Ich hab auch keine mehr zum Einschmelzen. Wenn Dingsbums dann... Ich endlich mal dazu komme, die zweite Etage zu bauen, können wir da oben ja noch so ein paar Bäume anpflanzen. Und dann können wir auch die Felder nach oben verlegen und unten halt das Kistenlager und... Ja, die Fraßproduktion und so weiter machen. Apropos Essen, ich verhungere schon wieder. Ah. Durfst du Anker? Da kann. Jetzt. 5 habe ich daraus gekriegt mehr nicht ich bin durch ich habe alle ärzte durchgeschmolzen wir kommen in mein kopf ich brauche ananas und einmal ananas sagen ich brauche ananas ananas ja ich habe hunger gehabt und so und ich glaube das was an unseren feldern nicht ganz einfach abgehauen jetzt geht zu tür steinerino hier rein plaste da rein die samen für daco er hat nämlich keine oh da geht zu daco hey genau der schmeckt besser ich bin auf dem floß ich war im wasser und das vieh kam ne das war sand und das müsste leben gewesen sein ja genau steine farben ich jetzt auf jeden fall nicht warum ach ich habe gerade eine melone eingesammelt und wundere mich warum ich samen im inventar habe läuft bei mir ok angeknabbert worden dass der ölma so hinterhältig angeschissen kommt der könnte ruhig mal sagen hey pass auf ich komme jetzt vorbei boah er lenkt mich am arsch ein blödes missfeel boah er lenkt mich am arsch ein blödes missfeel ich habe den nicht getroffen 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 wenn ich in irgendeiner kiste diesen komischen glibber kack der ist doch für so ein dingsbums rezept drauf gegangen also metallschrott da rein hast du noch klanken ich habe alle in der innen vorgebe ah ne hier ist noch ein baum vergiss es ich hätte jetzt 20 stück gegeben also aber wenn du nicht willst wieso du hast mich immer angemeckert dass ich welche zurückbereite die habe ich hier durchs abheizen gekriegt durch einen baum ne hier war ein narre und dann schwimmt hier ringsum immer noch was rum das loot ich ja auch alles schloss das nicht vergammeln da wären wir ja schön blöd so jetzt würde mich aber mal interessieren wann kommt endlich eine insel mit wie soll ich sagen nicht tieren aber mit äh kletterpflanzen weil du dieses glibber zeug ja von kletterpflanzen kriegst aber ach komm ich wollte nicht klatschen du dämliches heilvieh Oh, ernsthaft, von hinten? Oh, ich hasse den Hei, ich hasse ihn so derbe. Das ist so ein Arschloch. Komm. Komm. Komm, die Waffe. Vor allem unten rechts, unten rechts in der Ecke war Metall, Erz und du legst das einfach irgendwo rein. Diese Säbtank kann man hier reintun, in den Ofen. Dann hau raus den Scheiß. Dann kann ich da erstmal das Holz reintun, was ich überhaupt habe. Vielleicht brauchst du doch wieder weniges. Ich muss hier wieder überall auffüllen. Da ist man voll. Hey, hi. Wenn er mich jetzt nochmal hitet, bin ich down. Ach, da rein. Hä, wie hast du das jetzt hergestellt? Warte. Das will ich jetzt selber testen. Oh wow, ernsthaft, so kriegen wir den Clipper? Ja, habe ich auch gerade erst mitgekommen. Ey, da kann man aber jetzt die Taucherflasche lernen, oder? Da braucht man noch eine leere Flasche dazu. Und dafür brauchen wir vier Glibber und ich baue noch zwei Glibber. Dann können wir uns eine Tauchausrüstung machen. Und für die Flossen brauchen wir Glibber, Setan, Kunststoff, Seil. Ey, hier unten ist... Hast du hier unten schon abgefarmt, die Pflanzen? Ey, du verficktes... Wieso nimmt er bitte das Ding? Weil er hier an das Metallzeug nicht rangeht. Wir müssten jetzt eigentlich alles an Metall machen. Viel Spaß zu finden. So viel Metall musst du erstmal hinkriegen. Oder Farm. Kriegt man schon hin. Äh, ist Seile. Hier. 10, 11, 14... Hast du noch Setan im Gepäck? Dann stelle ich uns noch ein bisschen Glibber her. Ne, habe ich glaube ich nicht. Shit. Ne, habe ich nicht. Ey, da waren nur über 20 Stück in der Kiste. Ich habe nur noch 11 im Inventar. 11 plus 4 sind 5... Ne, das sind 17 Stück plus. Ja, ich habe ja viel verbraucht für meinen, ähm, Dingsbums. Passt schon. Für den Topf habe ich ja viel verbraucht. Wir brauchen nochmal Seetangen. Hier, Dago. Und ein toter Vogel. Wie ziehst du die an? Ähm, drück mal I. Und da hast du unten Rüstungs-Symbole. Fünf Stück. Ich glaube die musst du da mit reinschmeißen. Ja. Hast du den Seetangen hier schon, äh, abgeerntet? Der hier neben dem Boot ist? Weil wir brauchen wieder Bällchen. Weil wir brauchen wieder Bällchen. Tauch ruhig, ich kümmere mich gerade sowieso hier um. Geht nicht. Ich muss das erste Mal essen und trinken. Ja, hier, ich habe sowieso für dich dann nur noch. Ja, ich habe gerade was gegessen. Hier. Ja, ich meine was anderes. Ich kann es wieder nicht aufheben. Hä? Was ist denn los hier? Was war das jetzt, äh? Das ist der Köder. Kann es auch sein. Achso, das heben wir uns dann auf, wenn wir bei der nächsten Unsel sind. Die müssen wir jetzt nicht, äh, sofort verballern. Was wollte ich denn jetzt, äh? Achso, Seetang. Abgeerntet hast du noch nicht. Ich kann nicht, äh, endlich, äh, hin. Na doch, hier ist, der ist komplett abgeerntet. Hier ist gar nichts mehr dran. Hä? Ich denke, den hast du noch nicht abgeerntet. Ich brauche jetzt noch fünf Seetangen. Ich, ich habe noch keinen. Ich brauche. Hä? Aber hier ist nichts dran. Was ist das für eine Logik? Ja, es geht nicht an jeder Pflanze, aber... Ja, dann können wir weiter, weil... Das ist ja dann sinnlos. Guck mal, Eik! Hä? Was denn? Was jetzt, weil ich koche. Achso, wo? Ähm, paddelst du? Hä? Hä? Warte. Ich muss erst mal das Paddel herstellen. Jo. Ist draußen. Reicht schon ein bisschen. Ja, ne. Ich habe jetzt gepaddelt, bis es broke ist. Aber hier, ich habe noch zwei Rohmetallen. Äh, warum hast du das weggemacht? Nein! Der Hai! Gucken, was der Hai angerichtet hat. Nein! Wir müssen die Teile verbessern, damit er da nicht mal rangeht. Ja. Scheiß, Alter! Ich... Daku, nächste Insel! Was? Stimmt. Geil. Auf so einer waren wir schon. Oh, du Scheiß! Hai hat das... Der Hai hat schon wieder das Ding kaputt gemacht. Welches? Ja, schon wieder das Mittelstück dort. Dann... Wir müssen... Wir brauchen mehr Eisen und Nägel, damit wir das alles ein bisschen besser bauen können. Geht ja nicht anders. Oh Gott, das ist wild. Er kam von ganz tief unten. Um... Wenn du kannst, baust du mal bitte vorsichtiger noch ein Paddel? Oder wenn wir ihn haben, gingst du mir das mal irgendwie... Äh, mich kann grad nicht. Warte kurz. Ja, warte, warte. Habe sowieso nicht genug, Matt. Nee, kann ich nicht machen. Hab nicht genug. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Dann kannst du ja hier den Fischköder reinhauen und tauchen, ich geh schnell an Land Und da kann man halt doppelt abfahren Den Fischköder ist übrigens du Nein, der ist in der Kiste Dann hab ich ihn in der Kiste gelegt Hau raus den Anker Genau Ja, in der Kiste ist er Ach da ist er Ich werde aber versuchen Sonst krieg ich kurz deinen Verbesserten Geht schneller mit dem Tauchen Warte Ich kann grad keinen herstellen Die Ressourcen nicht Lass uns kurz tauschen Ich brauch den nicht auf der Insel Wie, warte Also Ich tu ihn in die Kiste Ja Ach toll, der ist ja echt weit sproat Ah, der hält noch ne ganze Weile Und du wirst dich wundern wie schnell der abbaut Ich merk's gerade Ey, scheiß Hai Ich erschreck mich sogar noch zu Tode Nimmst du jetzt den Köder, du beschissene Hai Zack, zack Danke So Da oben noch Wir müssen dann unbedingt noch nach Seetang tauchen gehen Und hier oben ist ne Kiste wieder Rezept Fischeintopf, okay Ne Nimm einfach mal mit Ja, mach ich Ja Ich muss hier runter springen Es geht nicht anders Komm, lass mich bevor der Hai kommt Ich will das fast da hinten noch looten Gibt's eigentlich Karotten in dem Spiel? Ich glaub nicht Ich meine, wir haben jede Fruchtart Außer diese komischen Bären Weiß immer noch nicht, woher wir den Krieg Da unten, genau wo du warst Da ist noch ganz viel Erz Ich will den Seetang hier abfarmen Damit ich Flossen machen kann Ach, dein Haken ist kaputt Ich muss zum Boot wieder Kann ich die jetzt? Nein, mir fehlt Kunststoff Scheiße Ist das eine Art unter Wasserhöhle? Okay Ach du Scheiße Ist das Riff hier groß Jetzt Ey, hier ist definitiv irgendwo noch eine Unterwasserhöhle Oh, du Arschlochei Er hat sowieso schon wieder ein Netz kaputt gemacht, wenn wir nicht da waren Die da rein, die da rein, die da rein Das Rezept da rein Äh Äh Ah Mist Was ist das? Das Scharnier kommt hier rein Achso Achso, äh Holz Hau ich hier jetzt mal mit rein Ich weiß übrigens wofür diese Tonscheinen da sind, Ike Und? Ja, um Suppe zu essen Okay Wenn sie fertig ist Wenn ich das schon wieder sehe, ne Aufsammeln Zwei Seil, zwei Nägel Zwei Seil, zwei Nägel Okay, bin er nicht Ja, ich weiß nicht was los ist Ging doch auch vorher Ging doch auch vorher Äh Ich bin grad voll Achso Und zwei Seil Der Scheißer ist immer nur unter uns Der Scheißer ist immer nur unter uns Ih Der ist lang Warte mal ganz kurz Warte mal ganz kurz Äh Holz hab ich hier in der Kiste 20 Stück drin ok da bist du ja ja gut, gibt einen kleinen extra oh wow, du musst die Schüssel jedes Mal neu herstellen das ist ja auch doof ich weiß, ich habe aber noch zwei Stück ja, hier sind halt noch Erze im Untergrund die Folge ist aber auch gleich zu Ende hier scheiße, ey, was denn? ach so, hier ist der Baum, ist offen gut der Hai, ähm ja? hast du jetzt verstärkt gerade? ja, damit das heil bleibt gut, weil der Hai hat sind das gerade angegriffen noch einmal du leckst halt gerade richtig hart bei mir Nägel ich habe auch gerade eine 72MS Verbindung komischerweise äh, 25 Darko, das Problem ist, ne wir müssen halt jetzt alles verstärken wo was drauf ist der macht uns das alles kaputzernd also die Öfen sind auf jeden Fall Priorität das Ding und das hier und jetzt müssen wir runterfahren gehen wir haben kein Metall mehr aber das werden wir in der nächsten Sitzung dann machen, würde ich sagen rockstar dancer till I drop my life is a party my home is the club my stage is the dance your party never 24 5 an 28 23 22 23 24 Vielen Dank.